Werbt ihr online mit Sonderangeboten? Also macht ihr Werbung mit zum Beispiel, hey, melde dich jetzt bei uns an, jetzt im November anmelden und erst im Januar zahlen? Habt ihr Werbeanzeigen, wo man einen Monatsbeitrag geschenkt bekommt, wenn man sich entscheidet oder wo man irgendwie 150 Euro spart oder so? Habt ihr wahrscheinlich schon mal gemacht, haben viele schon mal ausprobiert und für die meisten hat es nicht wirklich gut funktioniert. Und ich sage dir jetzt auch warum. Sonderangebote können Sinn machen, gehören aber selten ins Marketing und vor allem nicht in einem niveauvollen Bereich von einem Hochpreisangebot. Wenn ihr eine gewerbliche, seriöse Kampfsportschule aufbauen wollt oder aufgebaut habt schon, dann habt ihr Kunden oder potenzielle Kunden angezogen, die nicht unbedingt nur auf den Preis gucken. Wenn du jetzt, guck mal, Netto-Kunden, Billig-Kunden hast, die gucken auf den Preis überall. Die fahren extra nochmal in einen anderen Laden, wenn es da 10% Rabatt gibt. Wenn man da bei der Duplo-Packung nochmal 80 Cent spart oder so, dann fahren die da extra hin, weil die das vielleicht auch müssen. Ist auch gar nicht schlimm. Aber wir sind in einem Bereich mit 70, 80, 90 Euro im Monat oder mehr, ja, dauerhaft, wo wir einfach eine Zielgruppe ansprechen, die überhaupt gar nicht unbedingt sparen will. Die Sparangebote vielleicht sogar negativ findet, die nie irgendwelche Coupons ausschneiden würde und zum Einkaufen gehen, sondern die einfach ihr Zeug bezahlen will und einfach eine gute Leistung will und dafür auch bereit ist, einen fairen Preis zu bezahlen. So, deshalb, wenn du jetzt nicht einer bist von den Billiganbietern, dann solltest du nicht ständig auch so wirken. Und so wirkst du halt, wenn du im Marketing immer wieder nur mit irgendwelchen Angeboten wirbst und das ist einfach generell mal unseriös. Der nächste Punkt ist, wenn du ständig Leuten irgendwelche Beiträge schenkst oder so, die neu zu dir kommen oder einen günstigen Tarif, zahle zwei Monate gar nichts, zahle im ersten Jahr den halben Beitrag, whatever, dann verarschst du dich auf deine Mitglieder, weil die bezahlen den vollen Preis und irgendwie Neukunden kriegen es immer billiger. Das ist das, was uns immer aufregt bei Handyverträgen und Stromverträgen und so, wenn man den Tarif wechselt oder bei der Autoversicherung. Wenn ich den Anbieter wechsle, dann bin ich immer ein, zwei Jahre günstiger, weil die mich als Neukunde gewinnen wollen und deshalb muss ich irgendwie einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre da die Anbieter wechseln, um einfach nur einen fairen Preis zu haben. Sorry, da fühle ich mich verarscht. Ich will doch als Mitglied günstiger fahren als als Neukunde. Deshalb allein schon halte ich das für nicht seriös, das halt sowieso zu machen, dass die günstiger fahren als deine bestehenden Kunden, die dir treu sind. Aber du wirst auch sehen, im Marketing bringst du dir keine gute Performance. Wenn du ständig nur so eine Werbung machst, entweder kriegst du eh nicht groß mehr an Leads oder wenn du mehr Anfragen generierst, dann sind die Anfragen meist von schlechter Qualität, weil es einfach nur Leute sind, die auf den Preis gucken, die es einfach bei dir vielleicht sonst gar nicht angefragt hätten. Die jetzt aber anfragen, weil sie denken, sie können da mordsmäßig sparen und es ist ein Publikum, was wir auch überhaupt nicht brauchen in der Kampfsportschule, was auch nicht zu dem passt, das wir bisher schon haben, zumindest wenn wir in einem höheren Beitragsbereich sind oder wenn wir in einem höheren Beitragsbereich wollen. Und deshalb kannst du so ein Sparangebot vielleicht später machen im Vertrieb. Kannst du sagen, hey, wenn du heute dich anmeldest direkt, dann kannst du XYZ sparen und dann kriegst du eine Prämie. Oder von mir aus, wenn du jemandem empfiehlst, da kann man so jemandem schon was schenken oder vergüten. Aber sicherlich nicht im Marketing, dass ich nach außen dastehe, wie so ein Discounter, wie so ein Billiganbieter. Das möchte ich nicht, sondern ich möchte ja seriös dastehen. Deshalb gibt es bei mir auch keine Black Friday Angebote oder sonst irgendein Kram. Im Gegenteil, am Black Friday entscheide ich immer, wie viel ich ab 1. Januar erhöhe. Das ist eigentlich meine einzige Tätigkeit am Black Friday. Und ich verramsche nicht meine Angebote, für die meine Kunden vielleicht sogar schon mehr zahlen. Das stellt mich als unseriös in der Öffentlichkeit dar. Das halte ich für nicht fair. Und das bringt mir auch gar nichts im Marketing.